Hallo zusammen, ich bin Samantha und ich mache die Ausbildung, weil ich meine Lehre als Küche schon im Spitalzentrum Oberwollis habe. Ich habe mich für die Ausbildung zum Diabkuchen entschieden, weil ich meine Lehre als Küche schon im Spital gemacht habe. Das hat mich recht interessiert. Ich wollte mich weiterbilden, ich wollte wissen, was mit dem menschlichen Körper passiert. Allergien, Krankheiten und das ist etwas, das mich recht interessiert hat und ich wollte mich da weiterbilden. Man kann hier sehr viel profitieren, weil wir viele ausgelehrte Diabkuchen haben, mit einem sehr hohen Fachwissen und immer wieder Rat holen können. Wenn auch für dich der Mensch im Mittelpunkt steht und du dich für den Beruf als Diabkuchen interessierst, komm doch zu uns schnuppern oder bewirb dich für eine Lehrstelle bei uns im Spitalzentrum Oberwollis. für dich der Mensch im Spitalzentrum Oberwollis. für dich bei uns im Spitalzentrum Oberwollis. Untertitelung des ZDF, 2020